Hey Leute und herzlich willkommen zurück in der Welt von Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Wir spielen einfach mal heute gegen den Computer, weil ich nicht so viel Zeit habe zum Schneiden, spiele ich die Story noch nicht weiter. Es kommt auf jeden Fall noch weiter, die Story, ist keine Frage. Aber wir machen jetzt erstmal einen Einzelkampf gegen irgendeinen beliebigen Computergegner. Ich hoffe mal, dass ich nicht so perfekt kranken werde, ich denke aber mal, dass ich gewinne. Aber jedenfalls gewinne ich sonst immer und ja, aber im Let's Play ist ja immer was anderes. Dazu kommt noch, dass ich nur 20 FPS habe, was man vielleicht auch sieht unter Umständen. Oder ich merke es zumindest. Ja. An sich habe ich das Spiel, die Story habe ich noch gar nicht weiter gespielt. Ich habe es jetzt auch schon länger nicht mehr wirklich gespielt. Ich sehe meinen Gegner nicht. Okay. Ja. Hä, das ist doch übel unfair, wenn er da unten auf dem Boden ist. So. Oh ja, es leckt eben leicht. Also, ich weiß nicht, man merkt, dass es nur 20 FPS sind. Ja, irgendwie ist Malara nicht mehr so gut. Ich war echt mal richtig gut mit dem, muss man sagen. Also, wirklich gut. Äh, jetzt im Let's Play, irgendwie kriege ich es nicht hin. Ich kann mich auch kaum konzentrieren, finde ich. Ich habe auch schon ein paar Sachen fürs Commentary, für ein Commentary aufgenommen. Und, ja. Dazu kommt noch mein Controller, ist so ein bisschen komisch. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ähm, der lenkt irgendwie einfach mal so nach links oben, so da bleibt der hängen, manchmal. Das ist richtig komisch. Ich, ne, ich wollte gerade Spam so ein bisschen sehen. So. Bisschen aufladen. Es ist alles viel langsamer jetzt. Ich versuche mal mein Special. Ich will den nämlich unbedingt zeigen. Nachher, ich versuche ihn als Finisher mal zu machen. Also, zum Schluss. Ich sage immer Finisher, weil ich habe früher Wrestling gefeiert. Mit meinem Stiefbruder zusammen und meinem Bruder. Und, naja, da war er auch immer ein Finisher und sowas. Naja. Es ist halt Wrestling. Ach, jetzt ist schon die Möglichkeit, das zu sch... Ah, jetzt sehe ich. Ich habe immer geguckt. Hä, sonst stand das doch immer Ultimatives Jutsu zum Abschluss Chance da. Ach, ich habe das nie gesehen. Lol. Ging gerade nichts. Ich versuche es einfach mal so direkt. Ja, seht ihr. Madaras Ultimatives Jutsu. Ich finde das so geil. Drown in Despair. This is the power of Madara Uchiha. Divine power. Game over. Ja, ich habe ihn auch gerade erst freigestellt. Das ist ja logisch. Ne, aber in anderen Naruto oder so habe ich den noch nie gespielt. Ja. Dann machen wir jetzt noch eine Runde, vielleicht zwei Runden, denn ich sehe, die Zeit vergeht nicht. Nicht, dass es so viel gehen sollte. Die Grafik hat ja doch, doch die Grafik hat das eigentlich recht schlecht, so. Wenn wir gleich zu anderen, würde ich sagen. Ja, das ist eine AMD 9006 aus der 9600 Reihe, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Ob ich überhaupt 9000. Boah, ich will jetzt nichts Falsches sagen. 9000 oder 6. Ne, 9000, glaube ich, war es schon. Naja, und die ist irgendwie, geht, die ist in Ordnung. Aber ich glaube, mit einer Besseren könnte ich auch besser aufnehmen. Ähm, ja. Ja, dann habe ich hier ein Intel Core i7, dritte Generation drinne. Wie sich das gehört. Ne, in die 5 tut es ja auch und so. Ich wollte eben ein i7 mal haben. Als, und dann, weil ich, ich habe auch gedacht, einfach, ja, das ist, ich habe mir jetzt einen neuen PC geholt. Kann ich, oder ich stelle mir jetzt einen zusammen, so kann ich mir aber was gönnen. Und ja, das habe ich dann eben gemacht. Ich habe 8 GB Rahmen drinne. Das ist, glaube ich, recht normal. Mittlerweile. Obwohl ich früher auch mit 4 GB ausgekommen bin. Ja, was ist denn noch? Ich habe eine SSC drinne. Wow, leu, sieht das geil aus. Ich will das jetzt aber nicht beenden. Geh vorbei, hier einfach. Ich laufe jetzt einfach weg, solange. Ja, was ist noch? Dann habe ich 2 TB Festplatte noch, neben der SSC. Die eigentlich gar nicht mehr ausreichen. Die sind auch voll fragmentiert und alles. Sind nicht so gut gerade. Daran könnte es auch liegen, dass ich nicht so gut aufnehmen kann. Jetzt nur noch auf Finisher, ja, auf Finisher, auf mein Ultimate Jutsu. Also, ich habe nur so eine kleine Range. Nein, komm, 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 ich will dir jetzt noch, ja? Ich sehe es, komm. Oh, komm schon. Ich will doch nur mein Jutsu ultimatives Jutsu machen. Oh, jetzt fehle ich echt deswegen. Ja, ja, ich will dir. Komm schon. Nein. Oh, Leute. Was soll das? So, noch eine Runde, gleich wiederholen. Ich will jetzt damit aufhören mit meinem Ultimate. Wir schlagen beide so, das ist der andere nicht. Toll. Jetzt stehe ich noch richtig, oder was? Ich finde, seine Nahkampfattacken sind richtig schlecht. Dieser Tritt und so überlangsam. Das geht nicht so klar. Aber dafür ist das geil. Ich weiß nicht, was ich von Sabusa halten soll. Früher habe ich den richtig gefeiert, als er in der Serie. So das erste Mal, als ich den gesehen habe. Da fand ich ihn echt wow. Boah, ich merke schon, irgendwie mache ich ganz schön viele Pausen beim Reden. Ich sollte mal ein bisschen mehr reden, ein bisschen schneller reden. Dann kommt das nicht so vor. Und ja, ich weiß jetzt schon nicht mehr, was ich reden soll. Deswegen darf ich irgendeine Scheiße. Ähm, ja. Dankeschön für seine Abonnenten, habe ich schon gesagt. Achso, ich wollte noch sagen, das 200-Abonnenten-Special, das braucht noch ein bisschen Zeit. Ich wollte da noch gerne mit dem, der meinen, oder ich möchte da gerne noch ein schönes Hintergrundbild haben. Ich finde auch so überhaupt so ein schönes Bild. Und das muss aber erst erstellt werden. Und ich kann das nicht, deswegen brauche ich Hilfe von einem Kumpel. Und den treffe ich wahrscheinlich erst nächstes Wochenende. Also ich fahre wahrscheinlich nächstes Wochenende zu dem mal. Und ich mache jetzt, versuche es jetzt einfach mal mit, doch nicht. Ja, auf jeden Fall denke ich mal, dass ich zu ihm fahre. Nein! Ach, nö! Also das brauchen wir nicht sehen, ich gehe einfach weiter. Ja, wenn ich, dann hoffe ich, dass wir das machen, so ein schönes Bild. Und ja, sonst seid gespannt, was das für ein Video ist. Und ja, mir fällt mir jetzt gerade irgendwie nicht ein. Komm schon, komm schon, komm schon. Hä, wie konnte sie denn ausweichen? Hallo, Computer? Und was war da nicht so ganz richtig? Ich habe das auch gesehen. Wieso macht sie das immer wieder? Ich finde das nicht nett zu nahe. Er sagt was von Too Slow und schafft es nicht. Ich will jetzt in das Juke, ey. Ich weiß nicht, ob ihr das am Ende hört. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. So, ich bin mal leise. Okay, wir sind jetzt eigentlich schon am Ende. Nach 10 Minuten, ja. Und ja, dann danke fürs Zusehen. Ich habe Sabusa wiederbelebt auch noch gekriegt. Geil. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.